Komm, komm doch mal vor, dann siehst du mich. Ja, warte. Okay, ich sehe dich gleich. Ach, Monster. Hä, Monster war gerade gerade redig. Ja, war geil für deinen Headshot. Alter, Monster, bist du unsichtbar? Nein, aber ich schieße gerade sowas von scheiße. Hm, ne, ich sehe dich noch nicht mehr, ja? Alter, sag mal, wo du bist, Mann. Ich hab die ganze Zeit an der Weihnachtsstelle gestanden. Alter, du bist so unfair. Und was soll das denn? Entschuldigung, du kannst dich eindeutig von da oben sehen. Ich hab ein Skelett mit einem schwarzen Hut. Das sieht man. Ich kann dich nicht sehen. Das sieht selbst ein Farbenblender. Ja, nur das Problem ist, bei mir ist die Mäppe lila. Bei mir immer. Ich sehe nur lila und schwarz. Nein, das ist ja das Problem. Du hast ja eine Kamu. Oh, da kommt gerade der letzte Bus an. Ist lila? Das war pünktlich, normalerweise sind immer drei Minuten. Bei mir ist die Mäga und Basta. Mein letzter Bus. Meine Autosniper! Jetzt krieg ich Aggression. Das muss ich als T gleich auslassen. Wer hat einen Autosniter, ich töd ihn. In den Art Bar! Oliver, Kiefer! Ich schieß auf Gläser! Oh mein Gott, er tötet Gläser! Oliver, ich tröße! Oliver, er tötet Gläser! Ok, ja. Derrick schießt auf mich, Derrick schießt auf mich. Du hast angefangen auf mich. Ich hab auf ein Glas geschossen. Ich hab auf ein Glas geschossen. Derrick schießt weiter auf mich. Ich weiß jetzt nicht, wen ich wegschnipen soll. Was war denn Derrick? Ich hab Derrick. Ich hab Derrick. Ich... Ich bin ernst, Monster. Ja, ich weiß nicht. Äh, das war Skill-Failer. Ähm... Sehr schön, jetzt hab ich auch ne Granate. Ey, Monster, möchtest du ne Diegel? Also, keine Ahnung, ich schieße dich damit nicht ab, sondern ich würde sie dir ins Gesicht werfen. Äh, von mir aus gerne. Ja, okay, hier. Gib Monster keine Diegel. Ja, hinter dir. Da. Da liegt er. Ja, bitte schon, du bist gut für dich. Ja, ich nehm meine Pistole. Ne, ich nehm meine die Farmers Bier. Ich hab ne Autosniper. Schön. Ich weiß. 7. 1. 2. 2. 1. 2. 4. 1. 2. 2. 4. 2. 1. 4. 1. 1. Oh nein, ich wurde angeschossen. Oh mein Gott, Niki-Niko ist da. Rette sich, wer kann. Erstmal soll ich den... Da ist wirklich eine Bohre! Niki-Niko ist da. Tötet ihn! Ich glaube, der Jora ist traurig. Der Jora müsste Niki-Niko angeschossen haben. Oh, da kommt der Däsel und direkt ist meine Gasgranate in deinem Face werfen. Gas! Gas 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 Danke. Hallo, Detektor. Ich bin hinter dir. Ich hasse dich. Nein. Ich merk's. Es kommt mir nicht hoch. Mit'n Jumppack und Skill. Alter, nur weil du da stehst. Du bist... Oh, schön. Ich will nur Spaß haben. Ach, ich merk doch. Nein. Oh, mein Gott. Ich bin tot. 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 Nein. 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 Sputze ist KLS. Der ist gerade gerutscht. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Das ist nicht tot. Sag mir mal, NS-Neufall oder so. Der DT-Plater, wie gesagt. Sputze, schießt auf mich. Ja, ich weiß nicht. Naja, egal. Das ist unser Sputze. Oh, dieses Hemd ist so bequem, was ich anhabe. Ah, schön. Ich hab noch die Anzughose. Ja, ich lebe noch. Ich hab nur mit der Pistole nach ihm gestossen. Na gut, hörte ich ja schon mal mit einer Anzughose an. Sputze, das war nicht nett. So, Jast, ich schieße ihn mit der Pachtelkanal an. Nee, 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 nee. Dao Yoa! Dao Yoa! Ich hab dich in diese Jahr. Nein. Meine Meinung nach. Oh, ne. Abo, Spritze, Abo. Oh, ne. Bring mir den Sputze. 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 Alter, es macht doch mal Hände, das wird langweilig. Danke, Glau. Ich hab dir ein Headshot gegeben mit der Pistole. Wollte ich nicht mit dem Def schießen. WTF? Warum? Er hat mich gekillt und ich hab gedacht, wer wäre. Wer? Ich wurde angeschossen. Ich nicht. Ich bin schon tot. Ich hab' den Def getroffen. Was hast du an der Dichiyo? Ich war's. Ich hab' den Def wird gesetzt. Und dann hab' ich ... Ich wollte ja eigentlich nur nicht im Def schießen. Leider hab' ich am Ende deinen Kopf doch getroffen. Ich bin zu laut, so viel Abweichung, ich schieße nie wieder mit, ja, die Tüge ist besser. Du bist behindert. Sputze, ich bin Detective, mach dein A-Mod aus. Ich weiß. Sputze, mach dein A-Mod aus. Der Detective hat gesprochen. Alter, ich gebe dir aus, wie der von Headshot. Hä, aus Versehen. Hacker. Ja, echt. Aus Versehen. Die Pistole liegt auf Aus Versehen. Nö, ich hab ja auch geschossen. Ich findest du eigentlich dein Bettchen. Rane O'Connor ist, äh... Ich wollte ihn nicht abschießen, weil er mich Rane O'Connor erst gesetzt hat. Und er war badly wounded. Und dann hab ich ihn einmal in den Kopf getroffen. Der hat auf mich geschossen. Erst treffe ich zweimal daneben, dann dreimal ihn und dann den Kopf einmal. Rane O'Connor. Rane O'Connor. Rane O'Connor, kannst du den mal hinter dir konfirmen? Umlegen oder was? Nee, konfirm. Der ist schon gut. Identifizieren. Umlegen. Danke. Und der letzte ist da, Joa. Äh, nein! Ruf den Detective nach da! 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 Und äh, Skilled schafft! Wild angesegnet! Oh Joa, glaube ich! Ja, hab ich dir eben schon gesagt! Ruf! 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 gerade mein glas auf sehr schön töte ihn Brian O'Connor du bist gut versteckt töte ihn someone reported monster das bringt überhaupt nichts äh Headshot so als Infos war keine rdm oh das macht krass ja aber mit welchem Grund hast du dich denn getötet aus dem einfachen Grund es konnten es waren drei Traitor wer hat doch den Deta und den anderen Brian O'Connor der hat einen T gekillt heisst die anderen zwei die noch lebten mussten T sein ah ja ok aus